Heute geht es um die Opposition, was so viel bedeutet wie sich entgegenstellen. Die Frage ist nun, wer stellt sich eigentlich wem entgegen und warum? Das Parlament kann man grundsätzlich in zwei Hälften unterteilen. Auf der einen Seite sind die Regierungsfraktionen, also die Fraktionen, die die Regierung in ihrer Arbeit unterstützen. Das sind derzeit CDU, CSU und SPD. Und auf der anderen Seite sind die verschiedenen Oppositionsfraktionen. Das ist zum Beispiel meine eigene Fraktion, die Fraktion der Freien Demokraten, aber auch die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und die AfD. Was aber ist die Aufgabe der Opposition? Die Grundidee besteht darin, dass die Opposition die Regierung kontrolliert, um einen möglichen Machtmissbrauch zu verhindern. Konkret bedeutet das, dass wir als Opposition den Kurs der Regierung hinterfragen. Da, wo es angebracht ist, auch Kritik üben und selber Gegenentwürfe oder Gegenvorschläge auf den Tisch legen, beispielsweise durch Gesetzentwürfe oder andere Initiativen. Ein besonders scharfes Schwert in diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit der Opposition der Regierung, Fragen zu stellen, die sie in einem gewissen zeitlichen Fenster wahrheitsgemäß beantworten müssen. Uns als Fraktion der Freien Demokraten ist aber besonders wichtig, nicht nur einfach zu kritisieren. Wir verstehen uns als konstruktive Service-Opposition, um unser Land gemeinsam nach vorne zu bringen. Das ist auch der Grund dafür, weswegen wir seit der letzten Bundestagswahl 2017 mehrere hundert eigene Anträge in den Deutschen Bundestag eingebracht haben. Besonders stolz sind wir in diesem Zusammenhang als Fraktion der Freien Demokraten auf den Digitalpakt. Ein erster richtig wichtiger Schritt. So ist es uns gemeinsam mit den Grünen gelungen, eine Grundgesetzänderung durchzusetzen. Erst diese Änderung ermöglicht es dem Bund überhaupt, in Digitalisierung in unseren Schulen investieren zu können.